Good morning, good morning. Ich bin die Verrückte Ente und wir sind zurück zu einem neuen Kriegsvideo. Ja, oh, oh, was haben wir denn hier? 50% Rabatt. Hm, das machen wir nachher, das machen wir nachher. Ich glaube, ja, hm, ich weiß nicht, hol ich's, hol ich's nicht. Ich glaube, ich hol's, ja, ich hol's. So, wir gucken jetzt, ja, ich weiß, das ist dran, das machen wir auch noch. Wir gucken jetzt erstmal, wie das Ganze abläuft mit dem Trick. Ihr kennt das ja, ihr müsst auf eine Glücksstadt, wir nennen sie mal Glücksstadt. Ist wahrscheinlich, ja, irgendwas ist da ja faul. Entweder ist es ein Bug oder da wird gecheatet oder wie auch immer. Auf jeden Fall geht ihr auf diese Stadt. Und, ähm, wieso hab ich jetzt da auf Hilfen gedrückt? Ich weiß es nicht. Moment, ich mach mal eben hier. Drückt ihr auf diese Stadt. Und, wieso gebe ich die Banane denn nicht hier? So, weg damit. Achso, oh, oh. Oh ja, das, das, das sichere ich mir direkt mal. Zack. So, für nachher. Hehe. Ähm, richtig, richtig, was wollte ich sagen? Ihr geht hier rauf und dann bei Suche. Nein, ich muss jetzt erstmal, haha, jetzt muss ich's raussuchen. Äh, oder? Wartet mal. Vielleicht ist es noch, äh, es ist definitiv noch gespeichert. Äh, oder auch nicht. Wartet mal. So, also das ist, ähm, das Kürzel von der Gemeinschaft, was ihr suchen müsst. Ihr müsst es nur einmal eingeben, ne? Also wenn, wenn ihr dann jedes Mal eine Runde spielt, könnt ihr einfach immer wieder, ich zeig euch das jetzt, wie das Ganze funktioniert. Wir gehen hier drauf und dann nehmt ihr die Tata. Ähm, es gibt noch einen anderen Namen hier drin, aber ich hab's bei Tata hat's funktioniert, aber auch nicht immer diesmal. Also diesmal ist ein bisschen so, manchmal geht's, manchmal geht's nicht. Ne, wir machen das jetzt mal. Besuchen. Ah, ich verkack eh wieder komplett, ne? Und dann gehen wir jetzt schnell wieder zurück und direkt da drauf. So, und ihr seht, aha, ist das schön. Ist das schön. Es ist immer, ach, es ist so herrlich. Es ist so herrlich. Guckt euch das mal an. Es ist einfach geschenkt. Ist das nicht lieb von diesem Spiel? Es ist halt einfach geschenkt. Ich kann hier einfach, ich kann hier einfach durchfahren. Die Sachen sind alle ganz nah aneinander. Und gar keine Probleme, gar keine Schwierigkeiten. Es ist herrlich. Es ist herrlich. Also, anders kann man's einfach nicht sagen. Und die Kiste ist kostenlos, ne? Normalerweise müsst ihr dafür ja zahlen. Mit dem Trick ist es kostenlos. Äh, Moment. Oh, das war knapp. Selbst dann verlier ich manchmal. So. Ihr habt gesehen, es ist super, super einfach. Und es ist gut. Es ist gut, dadurch kriegt ihr die Punkte. Ihr schafft es auf jeden Fall. Also nicht auf jeden Fall, aber schon. Jetzt geht ihr auf Suche und da ist es noch gespeichert. Und dann drückt ihr einfach wieder da drauf. So einfach ist das. Und wenn der Name nicht funktioniert, dann kommt doch bei uns in die Telegram-Gruppe. Da werden immer wieder die Namen gedroppt. Und sie funktionieren, ne? Also könnt ihr auch, wenn ihr das irgendwo mitkriegt, postet es bei uns in die Telegram-Gruppe. Denn Teilen ist schöner als für sich behalten. Das ist ja das Motto der Comic-Card-Senden. Immer schön mit der Community teilen. Und nicht so egoistisch sein. Und die Sachen für sich behalten. Denn gemeinsam spielen ist immer schöner. Und guckt mal. Guckt euch das mal an. Ist das nicht genial? Ich lauf hier einfach in einem durch. Und wieder die Kiste umsonst. Ich muss nichts für die Kiste bezahlen. Ups. So. Und so. Und so. Fertig. Und die Punkte kriege ich natürlich auch. Und ich spiele natürlich auch bei dem Event einiges ein. Das ist natürlich auch mega gut. Mega cute. Gut. Äh. So. Zack. Wieder da drauf. Und wieder ganz schnell zurück. Und direkt auf das Event. Zack. Das müsst ihr auch schnell machen. Guckt euch das mal an wie einfach das ist. Oh mein Gott. Wie gesagt. Gestern hat es nicht immer funktioniert. Jetzt funktioniert es immer. Es kommt auch vielleicht darauf an, wie viele Leute gleichzeitig auf diesen Account zugreifen. Äh. Wir wissen ja alle nicht genau wie es funktioniert. Aber es kann natürlich auch sein. Weil es war gestern Abend. Dass viele Leute auf diesen Account zugegriffen haben. Und dass dann mehrere gleichzeitig darauf zugreifen, dass es dann manchmal nicht funktioniert. Könnte sein. Aber guckt euch das mal an. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Also ganz ehrlich. Das Spiel ist einfach super. So. Fünf. Fünf. Also ich mache jetzt noch einmal. Dann haben wir nämlich diesen Dings geschafft. Dann lade ich das Ganze auch hoch. Mache ich zacki zacki. Crazy ducky. Ähm. Deswegen gehen wir da wieder raus. Wir haben wieder bei Suche. Guckt. Ihr müsst es nicht nochmal eingeben. Es ist halt so simpel und einfach. Das ist wirklich. Ähm. Ja. Ja. Nicht aufwendig und nix. Und schon wieder so einfach. Ich krieg hier alles geschenkt. Oh mein Gott. Ist das nicht toll. Ist das nicht toll. Ist halt gut für Leute. Auch so wie mich. Die nur einmal am Tag. Spielen höchstens. Oder so. Oder vielleicht auch zweimal am Tag. Mal gucken. Heute wahrscheinlich zweimal. Weil ich zu Hause bin. Aber dafür zum Beispiel am Wochenende komplett nicht. Weil ich nur unterwegs bin. Und da ist es natürlich schön. Wenn man es relativ einfach hat. Und sich einfach hier die Punkte und die Geschenke. Und alle. Oh ein Hammer. Sehr geil. Ähm. Abholen kann. Ne. Natürlich super. So. Guckt euch das mal an. Einfach. Einfach in einem durch. Zack zack. Crazy ducky. Ja ist einfach schön ne. So. Ähm. Das lassen wir jetzt. Dabei belassen wir es. Jetzt muss ich. Achso. Gucken. Die Belohnung. 30 Punkte. Na gut. War jetzt nicht viel. Schließe Level ab in Folge. Zwei Stück. Ja. Super einfach. Super einfach. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Ähm. Die nächste Belohnung ist. 20% mehr Scheune. Ja gut. Das Event ist bald wieder vorbei. Oh shit. Ah. Ich schaffe es auf keinen Fall. Bis Level 30. Das. Oh Mann. Das ärgert mich. Ich habe es noch nie geschafft. Noch nie. Ich habe es einfach noch nie geschafft. Warum? Das ist so gemein. Ich würde es gerne mal schaffen. Komplett. Den ganzen Pass. Aber irgendwie. Ich schaffe es halt nie. Ich schaffe es nicht. Na gut. Mal gucken wie weit ich noch komme mit dem Trick. Ich denke mal. Da werde ich ein paar Punkte auf jeden Fall wieder gut machen. Ähm. Ja. Ich denke schon. Ich mache mal ein komplettes Event Video auch nochmal. Wo ich 20 Minuten nur Events spiele. Da kaufe ich mir diese ganzen. Diese Fässer kaufe ich dann und so. Damit ich dann ein gutes Video filmen kann. Und ja. Wir sehen uns dann. Und nicht vergessen. Telegram Gruppe. Township.de. Bei Telegram. Einfach suchen. Ihr werdet uns finden. Bis dann. Tschüss.